Willkommen zurück auf DrinkLink, deinem Kanal rund um Getränke, Cocktails und alles was sonst noch dazugehört. Heute schauen wir uns mal die Unterschiede an zwischen Highballs und Longdrinks und wie du die Klassiker dieser beiden Kategorien, Mixed Drink Kategorien, ganz einfach selber herstellen kannst. Das sind wirklich die absolut basischsten Mixed Drink Rezepte. Also schnapp dir deine Zutaten und dann legen wir los. Die Mixed Drink Kategorien Highball und Longdrink haben eine lange und sehr interessante Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Beide Bezeichnungen beschreiben gemischte Getränke, die in der Regel eine Spirituose und einen nicht-alkoholischen Mixer kombinieren. Doch es gibt historische und regionale Unterschiede in der Entwicklung. Der Begriff des Highballs entstand Mitte des 19. Jahrhunderts und wird oft mit dem Aufstieg der Eisenbahn in Verbindung gebracht. Einer Theorie zufolge wurde der Highball nach dem Ball-Signal der Eisenbahn benannt. Ein klassisches Beispiel ist der Whisky Soda, der zu einem der ersten Highballs wurde. In Japan wurde diese Kombination perfektioniert, wo der Highball in seiner einfachsten Form dem Whisky Highball sehr geschätzt wird. Und im Prinzip ist das ein sehr lang gestreckter Whisky Soda. Der Longdrink ist breiter gefasst. Schon im Begriff. Ein größeres Volumen, vielfältigere Zutaten als der Highball. Ein klassisches Beispiel der Cuba Libre, der in Kuba während des Spanisch-Amerikanischen Kriegs entstand. Typische Vertreter der Highball und Longdrink Varianten. Ganz klassisch, der Highball. Ein Bourbon, Whisky, Ginger. Ein typischer Vertreter der Highball-Kategorie, eben der Whisky, Ginger. In diesem Fall verwenden wir amerikanischen Bourbon und füllen das Ganze auf, aber nicht wirklich füllen, sondern zippen das Ganze mit Ginger Ale. Der Bourbon bringt eine natürliche Süße und Noten von Karamell und Vanille, die perfekt eben mit dem würzigen Ginger Ale und dem süßen Ginger Ale harmonieren. Dieser Drink ist einfach, aber köstlich und ein klassischer Vertreter der Highball-Familie. Beim Longdrink gehen wir in die Mandarita. Mandarita, erfrischender Longdrink. Mexikanische Mandarinenlimonade trifft auf Tequila. Dieser Drink bringt die Süße der Mandarine und die Würze des Tequilas zusammen, um ein harmonisches und fruchtiges Geschmackserlebnis zu schaffen. Und hier eine Vereinfachung und Versimpelung der Descantarito. Eben genau in Anlehnung an den traditionellen Cocktail, den ich gerade eben genannt habe. Hier wird also die Mandarita durch Verwendung von Mandarinenlimonade zu einem einzigartigen, tropischen, mexikanischen Twist. Bei den beiden Kategorien geht es schon mal mit einer Erklärung los. Und die Erklärung, da geht es dann schon um Glaskunde und die historische Glaskunde und die Verwirrung um verschiedene Begriffe. Mittlerweile gibt es auf der Welt einige Highball-Bars. In diesen Highball-Bars wird aber meistens kein Highball serviert, sondern eben ein Longdrink oder eine Mixtur. Das ist die neue Definition des Highballs, wo halt mehr als zwei Zutaten in den Drink hineinkommen. Ob das historisch korrekt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber als Mix-Drink-Kategorie ist das in der Regel definitiv kein Highball. Klassisch ist der Highball als Glas ein langes, schmales Glas zwischen 0,2 und 0,3 Liter. Das Highball-Glas entspricht auch eigentlich dem historischen Collins-Glas. Longdrink-Gläser sind in der Regel 0,3 bis 0,4 Liter Füllmenge. Also eigentlich ein Highball, ein solches Glas. Warum ein solches Glas? Weil schmale, hohe Gläser bei kohlesäurehaltigem Inhalt diese Kohlensäure festhalten und das Getränk dadurch nicht so schnell schal wird. Das ist eine simple Geschichte. Umso mehr Oberfläche, umso schneller wird der Drink Schal. Umso kantiger und brüchiger das Eis, umso schneller wird der Drink Schal. Weil an jeder Oberfläche, an jedem Bruch, an jeder Kante sich die Kohlensäure aufreibt. Also das klassisch ein Highball-Glas. Man kann Highballs auch, wenn man nicht so sehr auf das Pricklige der Kohlensäure besteht, ersetzen durch ein einfaches Old-Fashion-Glas. Kein großes Old-Fashion-Glas, sondern ein klassisches Old-Fashion-Glas. Ein sogenanntes Single Old-Fashion-Glas. Oder ein Single Tumbler oder ein Double Tumbler. Double Tumbler klassisch für Cocktails und für gediegene, lange Drinks. Aber so einen einfachen, auch der hat eine Füllmenge von 0,3 Litern. So, jetzt habe ich die Wahl. Ich kann entweder das da nehmen und das ist eure Wahl und damit nicht ganz so prickelnd, aber mehr Geruch und mehr Aroma. Oder ich kann das hier nehmen und das Ganze entsprechend auch relativ schnell wegschlöpfen. Wichtig ist, sowohl beim Highball als auch beim Longdrink ist kein Trinkhalm dabei. Warum? Weil wir die Nase in der Nähe des Trinks haben und hier auch wieder die Erfahrung machen. Jedes Trinkhalm umschließt das Getränk und hilft nicht, das mit der Nase wahrzunehmen. Ihr nehmt euch damit letzten Endes Geschmack und Erlebnis. So, das sind Highball. Welches ich nehme, werde ich gleich noch gucken. Und dann haben wir Longdrink-Gläser und die sind in der Regel 0,4 Liter. Meistens schmal. Das ist jetzt hier ein bisschen weiter und weitet sich auf. Auch da letzten Endes eure Entscheidung. Und die Drinks sind beide super, super, super simpel. Und ich könnte da jetzt noch Summe X oben drauf tun. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, uns das anzugucken und damit wir da auch mal ein bisschen vorankommen. Ja? Als erstes der Highball. Und hier haben wir ja schon die Wahl der Gläser. Ich wähle jetzt hier bewusst den kleinen Tumbler. Und da tue ich jetzt Eis rein. Und auch hier wieder Eis ist eine Zutat. Also voll das Glas. Hier passen also fünf Standard-Eiswürfel ohne Probleme rein. Ich mache einen Whisky-Highball. Da mache ich jetzt vier CL von einem Bourbon rein. Also ich mache einen Bourbon-Highball. Ihr hättet auch direkt einfüllen können. Aber dann ist es euer Risiko. Das sind jetzt vier CL. Da packe ich jetzt ein Ginger-L drauf. Und ich kann es komplett auffüllen. Muss aber gar nicht. Weil ein Highball ist eigentlich eher eine kräftige, kurze Mischung. Meistens eins zu eins oder eins zu zwei. Ich mache jetzt hier einfach die gleiche Menge an Ginger-L. Und fertig ist der Bourbon-Highball. Ganz simpel. Im Vergleich dazu und ihr werdet keinen Unterschied merken. Jetzt und ich wechsle mal das Glas. Tu es mal hier vorne hin. Der Longdrink. Meine Mandarita. Die Mandarita ist übrigens nirgendwo gesaved. Das ist einfach eine Idee, die ich hatte auf Basis des Cantarito. Und weil es ja endlich in Deutschland auch mexikanische Limonade gibt. In meinem Fall jetzt hier die Yaranja. So. Und auch hier packen wir vier CL der Spirituose rein. In dem Fall jetzt hier ein 100% Tequila. Und beim Longdrink fülle ich wirklich auf. Das ist dann ein Filler, der wirklich bis zum Rand geht. Und ich habe hier meine Mandarita. Und dann fülle ich auf. Süß. Passt hervorragend letzten Endes zum Tequila. Und die Basis, die Basis-Idee ist der Cantarito. So. Und ihr werdet fragen, wo ist jetzt der Unterschied in der Glaswahl? Beim Longdrink dürfen noch andere Flüssigkeiten mit reingetan werden. Zum Beispiel könnte ich da jetzt noch einen Spritzer, frische Limette und Limetten-Wedge rein tun. Beim Highball per Definition nur feste Zutaten, die eventuell einen Tee-Effekt haben. Heißt eine Orangenzeste oder eine andere Citruszeste, vielleicht einen Rosmarinzweig. Irgendwas, was irgendwie passt. Beim Bourbon würde zum Beispiel jetzt sehr, sehr gut eine Orangenzeste passen. Muss aber gar nicht. So. Und das ist im Prinzip schon die Erklärung, die dahinter steht. Also, die Mandarita. Wir probieren einfach mal. Einfach. Der Tequila ist schmeckbar. Aber die Mandarine kommt gut ruhig und es prickelt ganz schön. Da würde tatsächlich jetzt ein Spritzer Limette ziemlich gut sein. Könnte man machen, muss man aber nicht. Mandarine, dann dieses Erdige vom Tequila. Geiler Drink. Und dann haben wir hier den Bourbon Highball. Hier riecht man den Bourbon sehr, sehr stark. Vanille, Karamell, Nuss. Hier in dem Fall jetzt noch geröstete Haselnuss. Und jetzt kommt die würzigen Noten vom Ginger Ale mit rein. Aber auch nicht so stark, sondern es ist eine feine Mischung. Fifty-fifty. Langsam trinken, ähnlich wie in Old Fashioned. Solche Mixturen sind echt, echt böse. Also, ganz langsam genießen. So ein Drink am Abend, am Feierabend, über eine Stunde, zwei genießen. Das ist der Grund, warum da auch so viel Eis drin ist. Das sind also die beiden Drinks und damit die Drink-Kategorien. Die ersten, die wir jetzt hier einmal kurz erklären. Also super, super simpel. Und wie du siehst, sind Highballs und Longdrinks super einfach herzustellen. Und es ist eine enorme Vielfalt an Variationen. Der Bourbon Ginger bringt die würzigen Süßnoten des Bourbons hervor, wenn die Mandarita fruchtige, mexikanisch inspirierte Alternative bietet. Beide Kategorien sind absolut zeitlos, passen zu jeder Gelegenheit, sind super schnell herzustellen und super simpel. Aber nichtsdestotrotz komplex. Und es sind am Ende Mixtdrinks. Wenn dir dieses Video also gefallen hat, vergiss bitte nicht, den Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, um auch hier nichts mehr rund um das Thema Cocktails und Getränke zu verpassen. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, was dein Lieblings-Highball oder dein Lieblings-Longdrink ist. Und lass mich wissen, ob du auch eigene Variationen an der Stelle einfach mal ausprobierst. Cheers, euer Jörg. Wir sehen uns beim nächsten Mal.